Darf ich vorstellen und ans Mikrofon bitten, Werner Raser von der österreichischen Forschungsstiftung für internationale Entwicklung. Wir hören zu einem Vortrag zum Thema TTIP und netzpolitische Implikationen. Ja, guten Abend auch von meiner Seite. Mein Name ist Werner Raser, danke für die Einladung. Deswegen, ich habe das Thema etwas zu den Implikationen des transatlantischen Freihandelsabkommens TTIP auf die Netzpolitik zu sagen. Das ist eine Herausforderung in mehrfacher Hinsicht. Einerseits bin ich kein Netzpolitiker oder kann mich nicht zu den netzpolitisch kompetenten Menschen zählen. Zum Zweiten ist es tatsächlich auch deshalb schwierig, weil noch sehr wenig bekannt ist zu dem Thema. Insofern versuche ich mich sozusagen in einer zugegebenermaßen etwas hypothetischen oder explorativen Einschätzung dessen, was vielleicht sozusagen im Kontext der TTIP-Verhandlungen hier an für Sie Relevantem passieren könnte. Die TTIP-Verhandlungen für diejenigen, die das noch nicht so im Detail verfolgt haben, sind Verhandlungen zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten über ein biregionales oder interregionales Freihandels- und Investitionsabkommen. Das ist vielleicht ein bisschen eine sozusagen Markenfälschung. Es geht weniger um Freihandel, es geht in diesem Abkommen sehr stark um Regulierungsaspekte. Das heißt, es geht eben nicht mehr primär darum, die letzten verbliebenen Zölle, Quoten etc. im Handel zwischen den beiden Wirtschaftsräumen zu reduzieren oder zu eliminieren. Das ist ein zugegebenermaßen schon noch ein Bestandteil des Abkommens, aber bei einem durchschnittlichen Zollersatz von 3% auf den bilateralen Handel ist sozusagen das nicht mehr das große Thema. Die wesentlichen Verhandlungsthemen spielen sich woanders ab. Die spielen sich ab im Bereich Dienstleistungen, Dienstleistungsliberalisierung, also die Förderung des Handels mit Dienstleistungen, ist etwas, das nicht von Zöllen oder sonstigen traditionellen Handelshemmnissen beeinträchtigt ist, sondern das sehr stark davon abhängt, inwieweit Regulierungen, Sektorregulierungen zwischen den beiden Wirtschaftsräumen unterschiedlich sind oder nicht. Insofern ist Dienstleistungen ein wichtiges Thema. Thema Investitionen ist ein wichtiges Thema, bekanntermaßen gibt es sehr viele US-amerikanische Unternehmer, die am europäischen Markt oder auf europäischen Märkten tätig sind und umgekehrt ebenfalls. Das heißt, es geht ja auch um die Frage der Investitionsliberalisierung für jene wenigen verbliebenen Sektoren, wo sozusagen der Zugang für ausländische Direktinvestitionen noch eingeschränkt ist, beziehungsweise insbesondere geht es dann auch um die Behandlung ausländischer Investoren im Kontext des sogenannten Investorenschutzes und das war eines der in der öffentlichen Diskussion sehr präsenten Themen, weil es ja hier vor allem um dieses sogenannte Streitbeilegungsverfahren geht, dass privaten Investoren eben das Recht einräumt, auch Staaten vor internationalen Schiedsgerichten zu klagen. ISDS heißt das. Es gibt eine ganze Reihe von anderen Themen. Ein neues Thema, auf das ich kurz eingehen werde, nennt sich regulatorische Kooperation. Das heißt, im Rahmen des Abkommens soll es denn auch möglich sein, auf institutionalisierter Basis zu allen möglichen regulatorischen Fragen, sei es technische Standards, Normen, sei es aber auch darüber hinaus, Zulassungsverfahren, Prüfverfahren etc. sozusagen Gespräche aufzunehmen und hier zu einer entweder gegenseitigen Anerkennung oder auch Harmonisierung solcher Standards, Normen und Verfahren zu kommen. Und es gibt auch sozusagen das Thema, Themenbereiche wie öffentliches Auftragswesen, Wettbewerbspolitik und vieles andere mehr. Das heißt, es ist in Wahrheit ein sehr umfassendes Abkommen, das auf sogenannte tiefe Integration abzielt. Es geht sozusagen um die sehr umfassende Integration dieser beiden Wirtschaftsräume. Ja, das Problem dabei ist natürlich sozusagen diese Verhandlungen, das wurde eben auch sehr stark kritisiert, sind ja, finden statt hinter verschlossenen Türen. Es ist daher sozusagen relativ wenig bekannt zum aktuellen Verhandlungsstand. Es gibt mittlerweile schon einige Dokumente, Verhandlungsdokumente, die auch veröffentlicht worden sind. Auf die werde ich mich hauptsächlich beziehen. Sofern diese nicht vorhanden sind für die uns interessierenden Themen, beziehe ich mich dann meistens auf die jeweiligen Kapitel im Abkommen zwischen der Europäischen Union und Kanada. Das ist nämlich auch ein Abkommen, das sozusagen schon im Vorfeld von TTIP ausverhandelt worden ist, wo ein fertig ausverhandelter Vertragsentwurf vorliegt, auf den man sich beziehen kann. Und es ist sicherlich so, dass sehr vieles von dem, was in TTIP dann stehen wird, in der einen oder anderen Form, in ähnlicher Form schon im CETA-Abkommen vorweggenommen worden ist. Ja, ich versuche mich sozusagen auf ein paar Bereiche zu beschränken, angesichts der Zeit, wo ich vermute, dass die sozusagen für Sie von Interesse sind. Das sind grob gesagt drei Bereiche. Ich werde kurz was zu Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen sagen. Ich werde dann was sagen zum Thema geistige Eigentumsrechte und zuletzt zum Thema regulatorische Kooperation. Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen, das ist sozusagen eine Grafik, die zeigt, wie das typischerweise technisch abgebildet wird in diesen Verhandlungen. Es gibt sozusagen eine Taxonomie oder eine Klassifikation von verschiedensten Dienstleistungskategorien und davon ist eben auch eine, die heißt Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen. Und dann gibt es in der Regel vier Erbringungsarten im internationalen Dienstleistungshandel. Der grenzüberschreitende Dienstleistungshandel, also wenn Sie sozusagen eine IT-Firma haben, Sie entwickeln eine Software für einen Kunden im Ausland, dann machen Sie das sozusagen hier in Österreich und Sie schicken ihm dann die Software per Internet oder per E-Mail. Das wäre sozusagen Erbringungsart 1. Erbringungsart 2, Sie fahren selber ins Ausland. Um dort den Auftrag auszuführen. Beziehungsweise sozusagen der Kunde kommt zu Ihnen. Erbringungsart 3 ist dann, Sie machen eine Firma auf in einem Drittstaat, wo Sie vor Ort dann Dienstleistungen erbringen. Also das involviert eine Direktinvestition Ihrerseits. Und Erbringungsart 4 wäre sozusagen, Sie haben keine Niederlassung im Ausland, aber Sie kriegen einen Auftrag aus dem Ausland und Sie schicken Angestellte von Ihnen hin, um diesen Auftrag auszuführen. Das sind alles sozusagen im Sinne dieses Abkommens und das geht alles zurück auf die WTO, auf das multilaterale Handelsabkommen, das eben Anfang der 90er Jahre verhandelt worden ist. Und im Rahmen dieses Abkommens gibt es ein allgemeines Abkommen über den Handel mit Dienstleistungen, wo diese Arten von Dienstleistungshandel definiert worden sind. Auf der Basis kann man sagen zum Thema, was ist bei DITIP geplant im Bereich Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen? Naja, nicht sehr viel, weil diese Bereiche sind eigentlich weitgehend liberalisiert. Das heißt, hier gibt es eigentlich kaum Änderungen. Das, was man hier feststellen kann, auf Basis der vorliegenden EU-Informationen, also es gibt einen ersten Entwurf eines EU-Dienstleistungsangebotes im Rahmen von DITIP und diese Grafik bezieht sich sozusagen auf dieses Dokument. Hier lässt sich feststellen, alles ist eigentlich weitgehend offen, was Erbringungsarten 1, 2, 3 angeht, Modes of Supply. Nur bei Erbringungsart 4, also sozusagen die temporäre Mobilität von natürlichen Personen, da gibt es sozusagen horizontale Regelungen, das heißt sektorunabhängige Regelungen und das ist momentan noch sehr schwer abzuschätzen, was da kommen wird. Also ob es da sozusagen irgendwelche Erleichterungen für die Mobilität natürlicher Personen zum Zwecke der grenzüberschreitenden Erbringung einer Dienstleistung geben wird, das bleibt abzuwarten. Das hängt im Wesentlichen von den nationalen Fremdenrechts-, Niederlassungs- und Arbeitsmarktregelungen ab, ob es hier Erleichterungen gibt. Ich würde meinen, für die Vereinigten Staaten kann man das ausschließen, weil der US-Kongress schon vor zehn Jahren klargemacht hat, er lässt sich seine Kompetenz in diesen Bereichen, in diesen Regelungsbereichen, von der US-Administration nicht wegnehmen und seit damals machen die Amerikaner keine Zugeständnisse in diesen Bereichen mehr. Das heißt, hier ist wahrscheinlich wenig zu erwarten. Umgekehrt würde ich davon ausgehen, dass auch die Europäische Union hier nicht wirklich neue Zugeständnisse machen wird. Aber wenn Sie das interessiert, kann man nachher noch im Detail darauf eingehen. Der zweite Bereich, über den ich kurz sprechen wollte, bezieht sich auf das Thema geistige Eigentumsrechte. Das ist ja auch ein traditionell wichtiges Thema schon in der Handelspolitik seit dem sogenannten TRIPS-Abkommen, dem WTO-Abkommen über Aspekte geistige Eigentumsrechte, das 1994 in Kraft getreten ist oder ausverhandelt worden ist, 1995 in Kraft getreten ist. Seit damals ist das ein Thema der internationalen Handelspolitik, der Schutz geistiger Eigentumsrechte. Das ist eigentlich kontraintuitiv, weil bei geistigen Eigentumsrechten geht es eigentlich um die Schaffung von Monopolrechten. Warum das gerade Thema der Handelspolitik ist, mag für manche überraschend sein, hat im Wesentlichen damit zu tun, dass man mit der Schaffung der WTO eben auch der WTO ein neues Streitbeilegungsverfahren gegeben hat, 1995, das eben Sanktionsmöglichkeiten vorsieht. Damit war auf einmal die WTO als Forum für die IPR-Politik international interessant und auf Betreiben der Vereinigten Staaten insbesondere wurde dann eben dieses TRIPS-Abkommen ausverhandelt, das multilaterale, also sozusagen generell für alle Mitglieder der WTO anwendbare Mindeststandards, was den Schutz geistiger Eigentumsrechten angeht, festlegt. Grundsätzlich wird im Rahmen der bilateralen Handelspolitik hier ein Ansatz verfolgt, der nennt sich TRIPS-Plus-Politik. Das heißt, man versucht im Rahmen der bilateralen Abkommen so auch vorsichtig bei TTIP, das Niveau des Schutzes geistiger Eigentumsrechte über das schon im TRIPS garantierte Niveau hinaus zu steigern. Und das wird hier auch der Ansatz sein, den beide Verhandlungspartner verfolgen werden. Was das konkret bedeutet, ist ja schwierig einzuschätzen. Es gibt noch keinen publizierten Verhandlungstext. Auf Basis sozusagen diverser Factsheets, die die Europäische Kommission dazu veröffentlicht hat, lassen sich so manche mögliche Verhandlungsthemen abschätzen. Im Bereich des Patentrechts könnte ein Thema werden, das sogenannte Evergreening von Patenten. Ein zweites Thema könnte werden Datenschutzfristen oder die Verlängerung von Datenschutzfristen für nicht öffentliche Daten klinischer Studien, vor allem im pharmazeutischen Bereich und anderes mehr. Im Bereich des Urheberrechts, das wahrscheinlich für die Netzpolitik relevanter ist, ist es auch sehr schwierig, hier erste Abschätzungen abzugeben. Die Europäische Kommission hat zu einem Thema Stellung genommen, das in den letzten Jahren ja auch für öffentliche Aufmerksamkeit gesorgt hat, nämlich die Frage, die im Kontext der AKTA-Verhandlungen, also der Verhandlungen über das Anti-Counterfeiting-Trade-Agreement, das so 2009, 2010, 2011 stattgefunden hat, aufgekommen ist, nämlich die Frage, wird es im Rahmen der DTIP-Verhandlungen zu AKTA-relevanten Themen geben, wie zum Beispiel die Haftung von Internet-Providern für Inhalte von Usern, beziehungsweise die strafrechtliche Sanktionierung von sozusagen Verletzungen von Vertragsinhalten diesbezüglich. Da hat die Europäische Kommission gesagt, dazu will sie nicht verhandeln, weil ja bekanntermaßen das Europäische Parlament 2011, glaube ich war das, den fertig ausverhandelten AKTA-Entwurf abgelehnt hat, unter anderem genau deshalb, weil man hier eben Verletzungen des Schutzes sozusagen von privaten Rechten insbesondere befürchtet hat. Das heißt, die EU verschließt hier Verhandlungen aus, sehr wohl möchte man aber über die Durchsetzung von geistigen Eigentumsrechten, Urheberrechten gegenüber Drittstaaten mit den Vereinigten Staaten verhandeln. Das heißt, man möchte sich hier auf gemeinsames Vorgehen einigen hinsichtlich der Durchsetzung von US-amerikanischen oder europäischen Rechten gegenüber Drittstaaten, Klammer wahrscheinlich vor allem sozusagen China und anderen, die hier nach Meinung der US oder der EU die inländischen Standards nicht, also die Standards der Europäischen Union oder der Vereinigten Staaten nicht hinreichend einhält. Andere mögliche Interessen und Themen in den Verhandlungen könnten sein EU-Film- und Fernsehquotenregelungen von Seiten der Vereinigten Staaten, das ist bekanntermaßen immer wieder ein Streitpunkt, Synchronisationsverpflichtungen für audiovisuelle Werke, insbesondere Filme oder auch generell öffentliche Förderungen im Kulturbereich und die Frage, inwieweit sozusagen solche öffentlichen Förderungen dann auch US-amerikanischen Anbietern, Unternehmern, den Europa tätig sind, zugänglich gemacht werden sollen oder nicht. Offensive Interessen der Europäischen Union könnten sein, die Übernahme des EU-Rechtsbestandes bei Abgeltungsrechten für öffentliche Ausstrahlungen von Künstlerinnen und Tonproduzentinnen, Auftrittsrechte für Autorinnen, europäische Autorinnen in US-amerikanischen Bars, Restaurants und Geschäften oder Wiederverkaufsrechte von Kunstwerken für Kunstschaffende. Das sind so Themen, die von diversen Quellen genannt werden als mögliche Themen im Bereich des Urheberrechts, aber wie gesagt, es liegt dazu nach wie vor kein Verhandlungstext vor. Das heißt, es ist jetzt mehr oder weniger sozusagen sophisticated guesses, wie die Amerikaner sagen, also nicht viel mehr als Spekulation auf Basis der Interessen sozusagen in vorhergehenden Verhandlungen, die von beiden Seiten schon mehrmals geäußert worden sind. Regulatorische Kooperation, das ist ein Thema, das auch sehr stark in der öffentlichen Diskussion steht. Was ist da darunter zu verstehen? Die Idee ist zu sagen, TTIP ist jetzt nicht nur ein Verhandelsabkommen, wo einmal verhandelt wird, dann tritt es in Kraft und das war es, dann wird umgesetzt, sondern es soll eine institutionelle Struktur im Rahmen des Abkommens aufgesetzt werden, wo sozusagen laufend institutionell dann eben auch regulatorische Kooperation zwischen Regulierungsbehörden auf beiden Seiten des Atlantiks stattfindet zu allen möglichen Themen, die handelsrelevant sind. Also immer dann, wenn eine Regulierung, ein Standard, ein Verfahren etc. eine Auswirkung auf den Handel zwischen den beiden Handelspartnern haben könnte, dann ist das sozusagen ein mögliches Thema. Und im Rahmen dieses Kapitels, zumindest des Entwurfs, der vorliegt dazu, ist eben vorgesehen, dass es so etwas wie ein Regulierungsrat gegründet werden soll, also ein permanentes Gremium, das von beiden Seiten besetzt wird, dass sich ein jährliches Arbeitsprogramm gibt und das dann eben neue Initiativen zur Regulierung prüft im Hinblick darauf, ob sozusagen diese Regulierung den Handel und die Investitionstätigkeit belastet, über Gebühr belastet oder nicht. Oder im Hinblick darauf, dass man sozusagen auch bestehende Regulierungen auf beiden Seiten des Atlantiks vereinheitlicht. Oder sie prüft, ob sie in dieser Form noch notwendig sind. Simplification nennt man das dann. Dazu soll es dann eben dieses permanente Gremium geben. Was hier unklar ist und was auch Befürchtungen weckt, ist die Frage, inwieweit sind die Entscheidungen dieses Gremiums demokratisch rückgebunden? Und inwieweit können hier auch gesellschaftliche Interessen in diese Diskussionen einfließen? Nämlich von unterschiedlichen Stakeholdern und zivilgesellschaftlichen Akteuren, die sozusagen vielleicht es auch schwer haben, sonst gehört zu werden oder die auch die Kapazitäten und Ressourcen, denen die Kapazitäten und Ressourcen fehlen, um hier auch dementsprechend tätig zu werden. Weil das ist ja sozusagen alles mit Aufwand verbunden. Es ist ja auch geplant, dass es eine regulatorische Kooperation geben soll im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie. Im Rahmen des EU-Factsheets wird hier genannt, zum Beispiel verstärkte Zusammenarbeit in der Durchsetzung von Regulierungen bei beiden Handelspartnern, verstärkte Zusammenarbeit von Regulierungsbehörden bei E-Labeling, E-Accessibility, Interoperabilität, gemeinsame Prinzipien für die Zertifizierung von ICT-Produkten, insbesondere was Verschlüsselungs- und Entschlüsselungsstandards angeht. Das sind sozusagen hier genannte mögliche Bereiche der regulatorischen Kooperation. Die EU sagt auch was zu sogenannten sensiblen Themen. Sie versichert, es soll keine Senkung der IT-Sicherheitsstandards geben, es soll keine Senkung von Datenschutzstandards für kommerzielle Produkte geben und man möchte globale Standards und deren Verwendung vorantreiben. Das sind so ein paar sozusagen Willenserklärungen, die die Europäische Kommission bislang in diesem Bereich genannt hat. Mehr ist dazu leider momentan noch nicht bekannt. Es ist auch sozusagen im Einzelnen relativ schwierig abzuschätzen, was das konkret heißt. Gut, damit komme ich zum Schluss. Forschungsdienstleistungen weitgehend liberalisiert, gewisse Schutzbestimmungen hinsichtlich politischer Spielräume der Forschungspolitik sind verankert, soweit das zum jetzigen Zeitpunkt abschätzbar ist. Im Bereich der geistigen Eigentumsrechte ist klar, der Zug geht in Richtung Ausbau geistiger Eigentumsrechte, des Schutzniveaus von IPR-Bestimmungen. Was das konkret bedeutet, bleibt abzuwarten. Im Bereich der regulatorischen Kooperation muss man sagen, naja, diese regulatorische Kooperation ist sicher von der Intention her, klingt sie harmlos. Kooperation klingt immer gut. Die Frage ist dann tatsächlich, was kommt letztendlich dabei raus? Inwieweit werden auch Machtverhältnisse und Einflussmöglichkeiten zwischen den Akteuren verändert. Das ist sozusagen aus heutiger Sicht schwierig abzuschätzen. Es wird sicher aufwendiger Regulierungen sozusagen zu diskutieren und auch durchzubringen, weil es besteht sozusagen für die jeweilige andere Seite dann doch Einflussmöglichkeiten oder auch Verlangsamungsmöglichkeiten bei der Diskussion sozusagen neuer Regulierungsinitiativen insbesondere. Weil eben hier sozusagen Konsultationsrechte festgeschrieben sind für die jeweilige andere Seite, weil man hier sozusagen Impact Assessments machen muss. Das heißt sozusagen, dass die Befürchtung ist, dass das sozusagen schwieriger wird, neue Regulierungsvorhaben auf europäischer Ebene zu initiieren und dann durchzusetzen. Und es wird auch aufwendiger für zivilgesellschaftliche Akteure in diesen Prozessen dann mitzumachen und mitzuspielen, auch wenn formal gewisse Konsultationsmöglichkeiten gegeben sind. So bedeutet das doch sozusagen, dass man sich dann sehr detailliert auch auf technische Diskussionen einlassen muss. Von daher ist hier damit zu rechnen, dass Regulierungsverfahren insgesamt aufwendiger werden. Okay, Dankeschön. Danke, Werner Raser, für den spannenden Einblick. Wir machen eine Fragerunde. Gibt es Fragen dazu? Manchmal gibt es unterschiedliche Philosophien in den Rechtssystemen. Insbesondere, ob man eher präventiv agiert oder korrektiv. Vielleicht möchten Sie da was dazu sagen. Nein, das ist richtig. Es ist sozusagen, es gibt eine Diskussion, wo sind die Regulierungsphilosophien sozusagen in den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union annähernd gleich. Wo sind sie unterschiedlich? In der öffentlichen Diskussion wird vor allem eben betont, dass bei Nahrungsmittelsicherheit im Bereich des Umweltschutzes oder beim sozusagen Verbraucherschutz, Verbraucherinnenschutz, denkt man an Chemikalien, kosmetische Inhaltsstoffe, dass es da sehr unterschiedliche Ansätze gibt. Das stimmt. Das stimmt auch. Ich würde meinen, dass kurz- und mittelfristig eher damit zu rechnen ist im Rahmen des Abkommens, dass man versucht bei, in bestimmten Branchen genannt wird immer wieder die Automobilindustrie und hier werden genannt eben so Beispiele wie die unterschiedlichen Scheinwerfer und anderes mehr. Also sozusagen bei technischen Standards, wo es relativ geringe Abweichungen gibt, da wird man wahrscheinlich sozusagen im ersten Durchgang nach Ausverhandlung des Abkommens eher ansetzen. Man wird wahrscheinlich ansetzen nach ersten Bekundungen bei Prüf- und Zulassungsverfahren im Bereich der pharmazeutischen und kosmetischen Industrie, also bei der Prüfung von Anlagen. Das passiert jetzt sozusagen jeweils doppelt. Das heißt, in diesen Bereichen, wo es ähnliche Standards gibt, würde ich davon ausgehen, wird man zuerst ansetzen. In anderen Bereichen, wo die Standards sehr unterschiedlich sind, wo vor allem die Regulierungsphilosophien, die dahinter stehen, sehr unterschiedlich sind und wo die europäische Philosophie eben stärker auf sozusagen das Vorsichtsprinzip baut und die amerikanische Regulierungsphilosophie viel stärker auf sozusagen sogenannter wissenschaftlicher Regulierung ansetzt. Das heißt, ex post muss man beweisen, dass ein bestimmtes Produkt oder bestimmte Dienstleistung negative Effekte hat mit wissenschaftlichen Verfahren und erst dann sozusagen kann deren Umlauf eingeschränkt werden. Wo diese philosophischen Unterschiede sozusagen stärker ausgeprägt sind, würde ich meinen, ist es eher unwahrscheinlich, dass kurzfristig es zu Veränderungen kommt. Das, was zu befürchten ist und was auch nicht, glaube ich, aus der Luft gegriffen ist, ist, dass im Zuge dieser regulatorischen Kooperation der US-amerikanische Ansatz tendenziellen Einfluss gewinnt, weil der US-amerikanische Ansatz auch schon in anderen internationalen Foren und Abkommen in den letzten 15 bis 20 Jahren deutlich ein Gewicht gegenüber dem europäischen Ansatz gewonnen hat. Insbesondere im ganzen Bereich der sogenannten Good Regulatory Practices, das ist ein Arbeitsbereich der OECD, wo es diverse sozusagen auch internationale Soft-Law-Instrumente schon gibt. Dort hat sich weitgehend US-amerikanischer Ansatz durchgesetzt und insofern, als dass sich beide Parteien verpflichtet haben, sozusagen internationale Standards anzuwenden, ist das problematisch, weil das dann auch impliziert, dass diese OECD Good Regulatory Practices angewendet werden, wo sozusagen das Precautionary Principle zum Beispiel sozusagen nicht wirklich vertreten ist, wo sehr stark Kosten-Nutzen-Analyse angewandt wird oder auch die eben Monetarisierung von Bewertungsmethoden. Das heißt sozusagen qualitative deliberative Ansätze werden dagegen eher zurückgedrängt und das ist etwas, was dem europäischen, dem sozusagen natürlich umkämpften und nicht von allen gesellschaftlichen Akteuren konsensual geteilten, aber doch bislang in vielen Bereichen angewandten deliberativen Ansatz, wo das Vorsichtsprinzip sozusagen eine größere Rolle spielt. Also dieser Ansatz könnte dann stärker unter Druck kommen. Weitere Fragen? Ja, danke für den Vortrag. Ich habe eine naive Frage. Ich bin keine Copyright-Expertin, aber weil Sie gesagt haben, es gibt da noch kein Verhandlungspapier oder es ist zumindest nicht bekannt. Und weil Sie gesagt haben, es richtet sich alles im Moment auf den Schutz, also den Ausbau des weiteren Schutzes von Copyright, wäre meine Frage naiv, wäre da auch die Möglichkeit, dass man, weil ja Schutz alternative Lizenzmodelle zum Beispiel als Schutz verkaufen könnte und in solche Papiere einbringen könnte? Oder ist das etwas, was Ihrer Ansicht nach, ja, wie soll ich sagen, eine schöne Fantasie wäre? Also ich bin wahrscheinlich nur weniger Copyright-Experte als Sie, von daher tue ich mir schwer sozusagen mit dieser Frage. Ich würde meinen, grundsätzlich, wenn man sich die Logik und die Dynamik solcher Prozesse anschaut, dann wird in der Regel das verhandelt, wo bestimmte gesellschaftliche Akteure sozusagen vehement und nachdrücklich auftreten und das einfordern. Insofern, ob man hier sozusagen, ob es hier Möglichkeiten gibt, eben in dem Sinne Ihrer Frage auch die Verhandlungen zu beeinflussen, hängt maßgeblich davon ab, ob es gesellschaftliche Akteure gibt auf nationaler Ebene, aber auch auf europäischer Ebene, die auftreten und sagen, in diesen Verhandlungen zum Thema Urheberrecht muss gewährleistet sein, dass, ja, und dementsprechend sozusagen dann Forderungen vorbringen und die in Brüssel oder auch auf nationaler Ebene vehement vertreten. Das ist sozusagen die Dynamik, wie solche Verhandlungen passieren, weil ja auch die Industrieverbände, die Wirtschaftsverbände nichts anderes tun, als in Brüssel aufzutreten, schon sozusagen mit dem Vorteil von der Kommission explizit gefragt zu werden in vielen Bereichen und dann eben Verhandlungsbereiche und Themen nennen, die ihnen wichtig sind. Das heißt sozusagen, die Europäische Kommission und auch der Rat, der dann letztendlich das Verhandlungsmandat beschlossen hat, die definieren und entwickeln die Verhandlungsagenda nicht sozusagen aus dem Blauen heraus, sondern da finden Konsultationsprozesse statt. Und diese Konsultationsprozesse finden natürlich schon vor Abschluss des Mandates, des Verhandlungsmandates statt, aber sie gehen dann weiter. Und insofern gilt bei solchen Verhandlungen das Prinzip, es ist nichts fix, bevor nicht alles fix ist. Das heißt sozusagen, es ist, solange nicht die Unterschrift unter das Dokument, das fertig ausverhandelte Dokument gegeben wird, gibt es noch bestimmte Einflussmöglichkeiten zur Beeinflussung der Verhandlungsagenda, aber dann eben auch zur Verhinderung bestimmter Dinge. Das heißt, ich würde meinen, das ist nicht in der Form sozusagen ein für allemal festgeschrieben, nur weil es jetzt ein Verhandlungsmandat gibt, sondern es hängt davon ab, wer schreit laut. Sehr vereinfacht gesagt. So, wie viele Fragen haben wir insgesamt jetzt noch? Zwei Fragen. Eins, zwei, dann gehen wir weiter im Vortrag. Es gibt ja auch noch das Dienstleistungsabkommen, TISA, und das geht ja auch ganz explizit, weil in GATS schon sehr, sehr viel liberalisiert ist, daraufhin so etwas wie die Sachen, die man in GATS noch nicht kannte, wie digitale Dienstleistungen zu liberalisieren. Können Sie dir vielleicht dazu nochmal was sagen? Ich hole gleich die zweite Frage noch ein. Ja, danke. Mich würde eine kurze Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile dieser Abkommen interessieren. Gibt es überhaupt irgendwas Positives dran? Ja, zur Frage TISA, das ist wiederum ein eigenes, sozusagen eigenes Thema-Komplex. Es gibt tatsächlich Verhandlungen zwischen einer Gruppe von Staaten, also im Wesentlichen 28 Staaten, inklusive der Europäischen Union, auf Betreiben der Europäischen Union und der Vereinigten Staaten, zur Verhandlung eines neuen Abkommens zur Liberalisierung des internationalen Dienstleistungshandels, im Nachfolge des GATS-Abkommens, das jetzt auch schon 20 Jahre alt ist. Und diese Verhandlungen laufen. Über diese Verhandlungen ist fast noch weniger bekannt wie über DITIB. Die Schwerpunkte dieser Verhandlungen liegen einerseits darin, bei den bestehenden Einschränkungen im Rahmen des GATS, sozusagen diese Einschränkungen, was Marktzugang und die sogenannte Inländer-Gleichbehandlung angeht, bestehende Einschränkungen wegzubringen und dann eben auch neue Bereiche, und da ist eben der elektronische Handel ein wichtiger Bereich, in diesen Bereichen einerseits sowas wie Sektorregulierungen zu schaffen, also einen regulatorischen Rahmen zu schaffen, der es ermöglicht, sozusagen, dass hier internationaler Handel mit solchen Produkten stattfinden kann und Dienstleistungen stattfinden kann. Hier voranzukommen und dann eben auch zu definieren, sozusagen, in welchen Bereichen soll hier liberalisiert werden und inwieweit braucht es hier noch bestimmte nationale Einschränkungen. Viel mehr kann ich dazu nicht sagen, weil es ist tatsächlich sozusagen wirklich nichts bekannt zum aktuellen Verhandlungsstand. Aber es ist davon auszugehen, dass sollte dieses Abkommen sozusagen Gestalt annehmen, es einen Schub in Richtung stärkere Liberalisierung des Dienstleistungssektors geben wird. Auch durch sozusagen Einführung neuer Verhandlungstechnik und Verhandlungsmodi, sogenannte Negativliste, sozusagen wird sich im Teaser mit großer Wahrscheinlichkeit wiederfinden. Das heißt, ein Verhandlungsmodus, der sagt, alles ist liberalisiert aus, es ist explizit ausgenommen. Was sozusagen über das hinausgeht, ein Verhandlungsmodus, wie sie im GATS noch sozusagen verwendet worden ist, dort hat man nämlich gesagt, okay, es wird nur das liberalisiert, was explizit aufgelistet ist. Alles andere ist nicht liberalisiert. Also das heißt sozusagen, da kommt ein neuer Liberalisierungsschub, aber was das konkret bedeuten wird, bleibt abzuwarten, weil es gibt noch keine publizierten Verhandlungstexte. Zum Thema, was sind eigentlich die Vor- und Nachteile dieser Abkommen insgesamt? Ein sehr schwieriges Thema. In Wahrheit gibt es dazu nur sehr eingeschränkte Analyseinstrumente. Es gibt sozusagen von Seiten der Europäischen Kommission, aber auch von anderen, eine Menge Studien, die versuchen mit ökonomischen Modellen nachzuweisen, dass sozusagen eine Liberalisierung des Handels zwischen EU und USA weitere Wohlstandsgewinne bringen wird. Die Logik dahinter ist sozusagen Spezialisierung und Arbeitsteilung. Wenn man die weiter ausbaut, dann bringt das Wohlfahrtsgewinne. Diese Logik sozusagen ist per se unter bestimmten Annahmen schon plausibel, aber es ist ganz klar, dass Handelsliberalisierung eben auch immer zu zumindest vorübergehenden Kosten führt. Sei es, weil Leute arbeitslos werden und nicht gleich wieder einen Job finden oder ähnliche Dinge mehr. Das heißt sozusagen, diese konventionellen Studien, die es bislang gibt, die zeigen nur sehr moderate Gewinne. Das heißt, selbst in einem positiven Szenario geht man davon aus, dass das EU-BIP, also das Bruttoinlandsprodukt der Europäischen Union, durch DTIP um 0,5 Prozent wachsen wird. Einmal. Einmaliger Effekt. Das ist sozusagen wenig, makroökonomisch gesprochen. Und das berücksichtigt nicht die Effekte der Investitionsliberalisierung. Das berücksichtigt nicht die Effekte sozusagen anderer Themen und Kapitel, die ich angesprochen habe. Also was sind eigentlich die Benefits und Kosten der Verstärkung des Schutzes geistiger Eigentumsrechte? Ist da nicht drinnen. Was sind die Benefits und Kosten von Handelspolitik für die Umwelt? Weil mehr Handel heißt auch mehr Emissionen und Umweltkosten. Da ist vieles nicht drinnen in diesen Analysen. Insofern muss man ganz ehrlich sagen, bei den wenigen ökonomischen Vorteilen, die man bislang nachweisen konnte im Rahmen dieser Modellstudien, wo so vieles nicht berücksichtigt ist, kann man eigentlich nicht wirklich ein solides und profundes Urteil abgeben, wenn man die möglichen Kosten berücksichtigt, der Aspekte, die ich jetzt genannt habe und die gegenüberstellt, gegenüber den geringen Vorteilen, die man bisher sozusagen versucht hat nachzuweisen, muss man auch, oder kann man zu dem Schluss kommen, naja, das kann durchaus auch insgesamt sozusagen negativ sein. Aber das ist mangelst guter, methodisch guter Studien, bislang in der Form noch gar nicht untersucht worden. Okay, vielen Dank. Ich glaube, es wäre irgendwie, dass wir die anderen Themen da jetzt auch genügend Zeit und Raum einräumen können. Es gibt nachher die Möglichkeit, mit Herrn Raser Sie drüber eingehender zu unterhalten. Vielen Dank nochmal für den spannenden Vortrag und die Spezial-Inputs. Vielen Dank. Applaus Applaus